Militär Wissenschaft oder Wehrwissenschaft Früher auch Kriegswissenschaft ist die Wissenschaft zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Charakter und die Gesetze des Krieges, insbesondere des bewaffneten Kampfes im Krieg, über die Vorbereitung der Streitkräfte und des Landes auf den Krieg und die Methoden der Kriegsführung. Sie ist die Gesamtheit der Gesetzesaussagen über den Krieg als organisierter bewaffneter Kampf, über die an ihm teilnehmenden Kräfte und Mittel sowie der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Prinzipien, Formen und Methoden der Vorbereitung und Führung des Krieges. Militärwissenschaft ist aber auch übergreifend, da sie Disziplinen aus dem Bereich der Gesellschafts-, der Natur- und der technischen Wissenschaften vereint Teilgebiete. Ebenso wie die Definition sind die Teilgebiete der Militärwissenschaften nicht abschließend festgelegt. Insbesondere gibt es große Schnittmengen zu Politikwissenschaften, hier der Sicherheitspolitik, Konfliktforschung und strategische Studien. Oft sind spezielle militärische Spezialisierung eines Faches, zum Beispiel Wehrmedizin oder Militärgeografie Teil der Militärwissenschaften. Strategische Studien Konfliktforschung Militärgeschichte Militärische Strategie Operationsführung und Taktik Militärpädagogik Militärsoziologie Polymologie Militärgeografie Festungsbau Wehrmedizin Wehrtechnik und Rüstung Militärische Logistik Einige militärische Spezialgebiete wie zum Beispiel Operations Research oder Logistik wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sind heute vornehmlich zivile Fachgebiete Geschichte Die Militärwissenschaft entwickelte sich in einem langen historischen Prozess im engen Zusammenhang mit der Militärpolitik der Völker, Staaten, Klassen, Nationen und Bündniskoalitionen, aber auch den Streitkräften und den von ihnen geführten Kriegen, der Kriegsgunst und dem militärtheoretischen Denkens. Elemente der Militärwissenschaft entstanden wahrscheinlich bereits mit den Anfängen der Entwicklung menschlichen Gesellschaft weit vor der Antike. Die ältesten europäische schriftlichen Überlieferungen, Hummers Werklias, beschreibt einen Zeitabschnitt des Trojanischen Krieges. Keine Dichtung, sondern auf Basis mehrere Tempelinschriften basiert die Überlieferung der Schlacht bei Kadesh um 1274 v. Chr. zwischen dem altägyptischen Pharao Ramses II. und dem Hethiter König Muwatali II. Sie gilt als bestdokumentierte Beschreibung eines Krieges und des Kriegswesen in der Antike bis zu diesem Zeitpunkt. Eine erste systematische Beschäftigung mit dem Kriegswesen an sich war das Buch »Die Kunst des Krieges« des chinesischen Generals Sun Tzu im 5. Jahrhundert v. Chr. Es gilt als das älteste erhaltene Werk über Strategie. Insbesondere aus römischer Zeit sind viele theoretische Werke über das Militärwesen und den Festungsbau überliefert. Der spätrömische Militärtheoretiker Flavius Vegitius Renatus verfasste im 4. Jahrhundert mit Epitomarei Militares ein Werk über das Militär und Kriegsführung, das im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit hinein als Standardwerk galt. Der byzantinischen Kaiser Leon Tuster VI. schrieb ca. 900 n. Chr. die erste heute bekannte Abhandlung über militärischen Logistik im Rahmen seines Werkes »Summarische Auseinandersetzung der Kriegskunst«, das unter der Bezeichnung der Leoninischen Militärischen Institute bekannt geworden ist. Das bekannteste deutschsprachig-militärtheoretisches Werk über Kriegsführung ist Karl von Clausewitz. Vom Kriege, das in den Jahren 1832 bis 1837 herausgegeben wurde. Forschung und Ausbildung Bis ins 18. Jahrhundert wurde das Militärwesen und die Führung der Truppen oft als Kriegshandwerk oder Kunst und nicht als Wissenschaft verstanden. So wurden Offiziere in den Einheiten während des praktischen Dienstes ausgebildet. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Militär und Kriegswesen bildete, bis auf Militärgeschichte, die Ausnahme. Bis auf Kriegsbaumeister oder später Ingenieure, die für den Festungskrieg gebraucht wurden. War für Offiziere keine höhere Bildung vorgesehen oder Voraussetzung. Ab dem 17. Jahrhundert wurden die Offiziere der Artillerie und Ingenieure an speziellen Militärschulen, wie der 1682 gegründeten französischen École des Artilleries ausgebildet. Im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden erste allgemeine Militärschulen und Militärakademien, um alle angehenden Offiziere auch theoretisch auszubilden. So 1751 die Theresianische Militärakademie in Wien von Feldmarschall Down dem auch das Zitat zugeschrieben wird. Generals und Officiers müssen begreiflich gemacht werden, dass die Kriegsgunst kein zunftmäßiges Handwerk, sondern eine weitreichende Wissenschaft sei. In den Koalitionskriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, dass eine reine praktische, auf die Truppengattung ausgerichtete Ausbildung für das Führerkorps nicht mehr ausreichend war. Die Militärwissenschaften hatten einen großen Aufschwung. In großen preußischen Garnisonsstätten wurden Offizierbildungsvereine gegründet und viele Offiziere hörten Vorlesungen an den Universitäten. Die Militärische Gesellschaft, gegründet von Scharnhorst nach dem Vorbild anderer wissenschaftlicher Gesellschaften, verlangte von jedem zukünftigen Mitglied eine eigenständige militärwissenschaftliche Ausarbeitung. Im Rahmen der preußische Heeresreform wurde deshalb eine wissenschaftliche Ausbildung der Offiziere gefordert. In Preußen wurden deshalb für Offiziersanwärter ab 1810 die Kriegsschulen als Fachschule und für höhere Offizier die Allgemeine Kriegsschule 1859 umbenannt in Kriegsakademie gegründet. Die Kriegsakademien, bei der Kaiserlichen Marine Marine Akademie genannt, sollten eine militärwissenschaftliche Ausbildung auf universitärem Niveau für die angehenden Generalstabsoffiziere durchführen. Diese Ausbildung erhielt neben den militärspezifischen Fächern und Militärgeschichte auch Ausbildungsanteile. Mit Schwerpunkt Naturwissenschaften und Mathematik, die eine breite wissenschaftliche Ausbildung gewähren sollte. Geistes- und Polikwissenschaften wurden jedoch kaum gelehrt. Für Offiziere der Artillerietruppe und der Pioniertruppe wurde diese Ausbildung an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule, später Militärtechnische Akademie, durchgeführt, die einer Ingenieurausbildung einer Technischen Hochschule gleichgestellt war. Dabei spielte der Festungsbau, damals Fortifikationslehre, eine außergewöhnliche wichtige Stellung. So war an der US-amerikanischen Militärakademie West Point oder der französischen Ecole Polytechnique das Bauingenieurwesen bis weit ins 19. Jahrhundert das wichtigste Studienfach. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde jedoch in Preußen der militärfachliche und praktische Anteil des Studiums zulasten wissenschaftlicher Fächer verstärkt, sodass diese Ausbildung bis zum Ersten Weltkrieg formell ihren wissenschaftlichen Anspruch beibehielt. Inhaltlich jedoch auf den Fächerkanon ähnlich der Kriegsschule beschränkt wurde. Jedoch wurde ab 1857 durch Moltke eine eigene militärwissenschaftliche Abteilung im preußischen Generalstab gegründet, die mit Historikern, Statistiker und Geografen besetzt wurde. Während in anderen Ländern die wissenschaftliche Hochschulausbildung für Offiziersanwärter der Regelfall war, wurde dies in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. In der DDR wurden Offizieranwärter an Offiziershochschulen ausgebildet und in den 1970er das Studium von Offiziersanwärter an der Universität der Bundeswehr eingeführt. Die Führungsakademie der Bundeswehr ist, Im Gegensatz zu ähnlichen Ausbildungseinrichtungen im Ausland bis heute keine Hochschule und kann damit keine akademischen Grade vergeben. Im 18. Jahrhundert wurden für die Forschung und Lehre kriegswissenschaftliche Lehrstühle an deutschsprachigen Universitäten gegründet. Die ersten waren an den Universitäten Erlangen, Göttingen, Marburg und Würzburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland bis auf Einzelfälle die Militärgeschichte betreffend. Solche Lehre und Forschung an den Hochschulen eingestellt. In der Nachkriegszeit verabschiedeten einige deutsche Universitäten eine Zivil- oder Friedensklausel, die jegliche militärische Forschung und Lehre unter Verbot oder unter Vorbehalt der Hochschulleitung stellte. Als Gegenentwicklung zu den Militärwissenschaften entstand die zivil ausgerichtete Konflikt- und Friedensforschung. Heute kann in Deutschland nur an der Universität Potsdam der Masterstudiengang in Military Studies studiert werden. Militärgeschichte kann man als Schwerpunktstudium oder Nebenfach im Geschichtsstudium an einigen Universitäten studieren. In der Schweiz gibt es seit 1877 eine militärwissenschaftliche Abteilung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, an der Miliz- und Berufsoffiziere studieren können. In der DDR wurde die Militärwissenschaft als Fach an der Militärakademie Friedrich Engels in Dresden gelehrt. So erhielten Absolventen der Akademie den akademischen Grad eines Diplom-Militärwissenschaftler. In den Vereinigten Staaten wird Military Science als Nebenfach an Universitäten meist im Rahmen des Reserve-Officer-Training-Korps-Programms gelehrt. Entstanden sind diese Fakultäten meist aufgrund des Moral Act im 19. Jahrhundert. Für neu zu gründende Hochschulen, sogenannte Land-Grand-Universitäten, erhielten die Bundesstaaten Land vom Staat, mussten dafür jedoch eine militärische Ausbildung einführen und ein Kadettenkorps unterhalten. Entsprechend ist die Lehre und Forschung dort anwendungsspezifisch auf die Ausbildung von Offiziersanwärter ausgerichtet. An den verschiedenen Generalstabsschulen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten kann meist der akademische Grad eines Master of Arts in Military Science erworben werden. Diese WA-Colleges führen auch Grundlagenforschung in verschiedenen Gebieten der Militärwissenschaften durch. Verschiedene höhere Ausbildungsstätten von NATO-Streitkräften haben sich 2008 zur International Society of Military Sciences zusammengeschlossen. Forschung betreiben auch die verschiedenen Zentren für strategische Studien. Definition im Wandel der Zeit Es gibt keine einheitliche ausführliche Definition von Militär- oder Wehrwissenschaften. Eine Definition aus dem 19. Jahrhundert In der Sowjetunion galt aus sozialistischer Sicht folgende Definition. In der Sowjetunion galt aus sozialistischer Sicht